Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forex.com.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema DAX und US oder wo geht die Reise hin? Aber wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. Ja, schauen wir uns die Situation im US-Dollar-Index mal an. Das ist ja so ein bisschen unser bester Ratgeber, wenn es um den oder beziehungsweise unser bester Gratmesse, wenn es hier um den US-Dollar geht. Wo stehen wir jetzt momentan? Wir stehen wieder einmal an der wichtig psychologischen Kursmarke von 100 Dollar. Das sehen wir hier rechts im Feld. Und ja, hier kämpft der Kurs gerade ein bisschen mit diesem Widerstand. Wir sehen es auch hier auf dem H4-Chart. Die aktuelle H4-Kerze müssen wir einmal beachten. Aufgrund der anderen Handelszeiten des US-Dollar-Index beginnt diese oder hat diese H4-Kerze bereits 14 Uhr begonnen oder erst 14 Uhr begonnen und geht bis 18 Uhr. Da kann man zum Beispiel auch sehen, warum es, wundert man sich manchmal, zu welch ungewöhnlichen Zeiten die Candles im Euro-US-Dollar zum Beispiel oder in den US-Dollar-Paren im Allgemeinen reagieren. Das liegt zum einen daran, dass natürlich eine ganz akkurate negative Korrelation zwischen dem Euro-US-Dollar und dem US-Dollar-Index herrscht. Und da die H4-Kerzen eben hier um zwei Stunden versetzt sind im US-Dollar-Index, haben wir natürlich immer mal ein paar, das kommt einem dann als irrationale Bewegung vor. Aber wenn man sich den Euro-US-Dollar anschaut, auch immer den US-Dollar-Index parallel dazu betrachtet, dann bekommt man schnell ein Gefühl dafür, dass es eben völlig normal ist, diese Bewegung und ist nicht mehr so am Rätselraten. Ja, was erwarte ich mir jetzt für den heutigen Tag? Tatsache ist, wir befinden uns jetzt schon sehr, sehr weit in der Bewegung, auch bei den Pivot-Points. Ich blende es mal eben ein und da sehen wir schon, der Daily Air 3 bereits mit der jetzigen Kerze erreicht, beziehungsweise als sie fast erreicht, als sie hier dieses Hoch gebildet hat, gleichzeitig auch der Weekly Air 1 Pivot-Point erreicht. Und die nächste Marke wäre dann eben nur noch der Monats-R2-Pivot-Point und damit auch das bisherige Jahreshoch vom 13.04. dieses Jahres. Natürlich geht es ja auch noch ein bisschen weiter, die von Mitte März, die Jahreshochs, die befinden sich hier im Bereich des Weekly Air 2, also um die 106.50er-Marke herum. Wir haben also theoretisch noch etwas Platz, wenn heute die Tageskerze oberhalb der 100-Dollar-Marke schließt. Momentan sieht es ganz danach aus, wir haben wirklich sehr, sehr starke bullische Performance und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir brauchen eben wirklich einen Schlusskurs oberhalb des Monats-R2-Pivot-Point, damit man hier sagen kann, okay, das geht hier noch weiter und wir haben hier noch etwas Potenzial nach oben. Denn momentan sind wir sehr, sehr weit gelaufen. Fakt ist, wir haben einen sehr, sehr ausgeprägten Bullenmarkt im US-Dollar, das ist unbestritten. Anscheinend wirklich alle Welt davon ausgeht, dass im Dezember die Leitzinsen angehoben werden. Punkt zwei ist aber, dass, wie gesagt, diese Bewegung schon sehr, sehr weit gelaufen ist. Wir haben kaum Korrekturen gesehen, klar, mal an diese diagonalen Trendlinien heran, aber was Substanziales war nicht dabei. Spielt auch generell keine Rolle, denn Tatsache ist, wenn er einfach weitermarschiert, dann marschiert er halt weiter. Und wenn keine große Korrektur kommt, auch so sehr man sich das wünscht, dann kommt sie eben nicht und dann müssen wir auf die nächsten Signale achten. Heute ist der Drops aber wahrscheinlich schon gelutscht. Also ich habe zumindest keine großen Ambitionen, mich hier in irgendeiner Art und Weise noch zu engagieren, da wir eben auch schon diese Pivot-Range fast komplett ausgefüllt haben und spätestens, wenn der Monats-R2-Pivot-Point erreicht ist, und das ist in ungefähr 25 Pip der Fall, dann brauchen wir uns, glaube ich, für heute auch keine Gedanken machen. Dann kann man warten, bis die nächste überschaubare Korrektur kommt, wenn man dann im US-Index auf eine Long-Position aus ist und dann entsprechend reagieren. Für mich ist diese Woche eher der Wochenschlusskurs relevant, muss ich dazu sagen. Erstens, weil wir heute 16 Uhr oder ab 14.30 Uhr haben wir die ersten Zahlen bekommen aus den USA, 16 Uhr kommen dann nochmal weitere Zahlen und dann haben die USA natürlich auch morgen und übermorgen geschlossen, beziehungsweise nicht die USA, sondern in den USA herrscht Feiertag, Thanksgiving und der Tag danach und deshalb natürlich auch die US-Börsen geschlossen. Das ist alles so ein Thema, was die Donnerstag- und freitäglichen Bewegungen noch ein bisschen beeinflussen könnte. Deswegen bin ich noch sehr, sehr vorsichtig, was die allgemeine Prognose für diese Woche angeht. Wir schauen uns jetzt mal den DAX an, der scheidet hier momentan gerade an diesen Widerständen, beziehungsweise an den 11.130 Punkten ungefähr, bricht hier gerade mit, na gut, nennt es mal nicht, bricht in sich zusammen, aber wir sehen hier auf jeden Fall schon mal Korrekturpotenzial, wenigstens auf die 11.060-Punkte-Marke herunter. Da haben wir diese kleine Side-Race-Range gesehen, beziehungsweise den jüngsten Widerstand, der gebrochen werden sollte und zum anderen natürlich diese klassische 11.000-Punkte-Marke, die auf jeden Fall auch als potenzielles Korrekturlevel in Betracht kommen könnte. Aber die generelle Stimmung natürlich sehr, sehr bullisch, das ist unbestritten. Wir haben zum einen gestern diese abwärtsgerichtete Trendlinie getestet, darüber hatte ich, ich glaube, im Morningstatement schon berichtet, beziehungsweise hatte ich darüber gesprochen, vielleicht war es auch am Montag, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt ist eben die Frage, okay, bis wohin geht das? Und ich habe hier ein klares Kursziel vor Augen, das ist hier diese 11.300-Punkte-Marke ungefähr oder 11.280-Punkte-Marke, wenn man es ganz genau nimmt und dementsprechend das 61.8-Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung, welche wir dieses Jahr gesehen haben und gleichzeitig auch der Gap-Close dieses jüngsten, oder nicht dieses jüngsten, sondern dieses ältesten noch offenen Gaps, was unbedingt noch geschlossen werden muss. Die spannende Frage in diesem Zusammenhang lautet natürlich, wie weit geht das dann noch? Ja, also, oder beziehungsweise was passiert dann, sobald der DAX diese Zone erreicht hat, den Gap geschlossen hat oder diesen Gap-Down geschlossen hat, steigt er dann einfach weiter oder was ist realistisch? Und ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt realistisch ist, dass er hier noch weiter bullish performt. Klar, wir haben natürlich prinzipiell die Chance, dass er einfach weiterläuft auf die 11.700-Punkte-Marke, auf die 12.000-Punkte-Marke, was weiß ich. Er kann natürlich hier auch auf 20 Punkte steigen, das spielt alles keine Rolle. Das Wichtige sind die entsprechenden Handelssignale. Und scheitert er hier auf Wochen- und Monatsbasis an diesem Punkt, an diesem Gap, dann könnte ich mir ein größeres Korrektur-Potenzial vorstellen und vielleicht sogar auch nachhaltiger. Das ist nicht unbedingt nur jetzt ein paar Punkte herunter oder nur 1.000 Punkte herunter, sondern auch möglicherweise den Beginn einer etwas größeren, umfangreicheren Korrektur. Denn wir haben dann hier wirklich ein absolutes Key-Level erreicht, wie gesagt, ein 68-Retracement, das offene Gap geschlossen, diese abwärtsgerichtete Trendlinie dann auch getestet, diese aufwärtsgerichtete, sehr, sehr markante Trendlinie getestet. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es hier mal etwas dynamischer in die Tiefe geht. Wo könnte der EUROS-Teller sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten? Nun, dazu müssen wir sagen, wir sind jetzt natürlich auch schon relativ tief gewandert, aber wenn wir in den Weekly-Chart schauen oder auch in den Monatschart, das hatte ich heute früh im Morning-Statement schon gesagt, Chart-technisch noch in Niemandsland oder beziehungsweise zwischen diesem wichtigen ehemaligen Support bei ca. 1,80 und den bisherigen Jahrestiefs. Und solange er nicht einen dieser beiden Punkte nochmal berührt hat, kann man schwer eine Aussage treffen, was hier denn passiert. Das ist alles ein bisschen Rätselraten. Generell ist es so, dass wir natürlich, oder dass die Chance besteht, dass er hier hin und her hüpft, bis er letztendlich die bisherigen Jahrestiefs erreicht hat und damit auch, und da muss ich sie mal wieder mit einblenden, wo haben wir sie, so, und damit auch den Monats-S2-Printpoint beziehungsweise den Weekly-S2, was auch immer sich der nächste Woche hier befindet. Und in diesem Zusammenhang sei natürlich auch noch einmal dieser abwärtsgerichtete Trendkanal erwähnt, welchen wir heute früh bereits schon einmal besprochen hatten. Das ist ja hier, da hatte ich ja gesagt, okay, wenn er hier ausbricht aus diesem Trendkanal, da könnte man darüber sprechen. Ja, das Ganze geht jetzt hier sicherlich in die Erholung über. Momentan sehen wir aber wieder eine sehr, sehr bearische Performance und deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn diese Dynamik anhält und die US-Zahlen vielleicht auch sehr, sehr gut sind, dass der Kurs hier noch weiter in die Tiefe rutscht, einfach aufgrund auch der negativen Korrelation zum US-Index, auf den Monats-S2-Runde beziehungsweise den Weekly-S2 und damit die Unterseite dieses Trendkanals berührt. Letztendlich, wenn diese Short-Performance anhält, ist es durchaus realistisch, dass wir uns in diesem Trendkanal weiterbewegen, vielleicht nicht unbedingt sogar noch mal diese Oberseite erreichen. Es könnte auch sein, dass er einfach ein bisschen Short pendelt, bis er letztendlich oder bis der Euro-Esterler diese Jahres-Giefs erreicht hat. Jetzt ist hier dieser Bereich durch die roten Horizontallinien symbolisiert oder visualisiert zwischen 1,0450 und den 1,050. Und dann können wir noch mal darüber sprechen, okay, wo steht der US-Zahlen-Index, wo steht der DAX, wo steht der Euro-Esterler? Und dann kann man alles so ein bisschen in den Kontext setzen und sagen, ja, das macht Sinn, hier dann von einer Erholung zu sprechen, vielleicht sogar von einer temporären Bodenbildung, wie auch immer man das bezeichnen mag. Sehr, sehr spannende Situation momentan. Und ich bin erwartungsvoll darauf, wie sich das Ganze hier entwickelt für den Tag. Und dann schauen wir uns mal in den H1-Chart. Ein verharrter Kurs der Euro-Esterler gerade ein bisschen an diesem Punkt. Ist klar, erst in ungefähr 40 Minuten kommen die nächsten Zahlen bezüglich den USA und da könnte natürlich noch mal ein wenig Schwung in die Sache kommen, dass er heute unbedingt noch diesen Bereich hier erreicht. Das muss nicht unbedingt sein, aber ich würde mich jetzt nicht so sehr auf diese Daily-Pivot-Points versteifen und sagen, ja, wenn er den S3 erreicht hat oder den Daily-S2, da kann es nicht noch tiefer gehen. Er ist einfach die Pivot-Point-Range ausgereizt. Klar kann das passieren, er kann diesen S3 komplett kassieren und in Richtung dieses Monats-S2, Weekly-S2 laufen. Und dann hat sich die Sache, ja, das sind lediglich noch 50 Pip und das kann er auch schaffen, insofern die Dynamik anhält. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Frage ist bloß, engagiere ich mich dann noch mit dem mittellangfristigen Setup, um diese 50 Pip ja noch auszuschlachten. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber dass er das schaffen kann, das ist generell möglich und das müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg bei dem Setup. Wir hören uns heute Abend im ActiveTrades-Webinar wieder. 19.30 Uhr findet das heute statt. Alle Informationen dazu auf meiner Seite beziehungsweise auch auf der ActiveTrades-Seite im Bereich Webinare und selbstverständlich auch auf meiner Seite www.forexhome.de in der Kategorie Webinare und Chatroom. Und da haben wir hier einen Beitrag Webinar effizient analysieren, der Blick für das große Ganze. Hier seht ihr alle Informationen, beziehungsweise kann man sich auch dafür anmelden. Einfach hier draufklicken und mal nachschauen. In diesem Sinne, wie gesagt, viel Erfolg, guten Handelstag noch. Ich verabschiede mich, bis bald, tschüss. Bis bald, tschüss.